Sie haben eine Vielzahl von zufriedenen Kunden, aber nur wenige teilen Ihre Meinungen über die gute Zusammenarbeit online? Im Gegenteil, ist ein Kunde mal nicht ganz zufrieden, wird dies oftmals sofort mit harte Kritik und wenig Sternen bestraft. Die Konsequenzen sind meist weniger Besucher und sinkende Umsatzzahlen. Mit Bewertungsguru.de können Sie sich zukünftig gegen diese Gefahren absichern. Sie haben die Möglichkeit, auf verschiedensten Portalen die passenden Bewertungspakete zu wählen und im Bestellprozess ihre individuellen Keywords zu den einzelnen Rezensionen zu hinterlegen. Schon ist das Problem gelöst. Sie erhalten ab sofort regelmäßige und authentische Bewertungen von echten Nutzern. Bewertungsguru.de People trust people